Hallo, mein Name ist David Koschnik, ich bin 31 Jahre alt und bin seit drei Jahren Bauleiter bei der CoVivi. In der Bauleitung ist es unsere Aufgabe, die Nachunternehmerleistung der einzelnen Gewerke zu kontrollieren. Dabei ist es wichtig, Kosten, Qualität und Termine auf dem Punkt zusammenzuführen. Mein Name ist Beatrix Czarniak, ich bin von Hause aus Architektin. Ich arbeite seit rund zweieinhalb Jahren für die CoVivi. Aktuell verantworte ich die Nachhaltigkeitskoordination in der Projektentwicklung Wohnungsbau. Die Abwicklung einer Baustelle ist nur als Team möglich. Dieses Team habe ich bei der CoVivi. Beginnt bei der Planung über den Einkauf bis hin zur Abwicklung können wir uns alle aufeinander verlassen und gemeinsam können wir so Großes schaffen. Wir schaffen es CO2-arm zu bauen, aber auch in der vorgebenden Zeit und im vorgegebenen Budget die Projekte abzuschließen. Nachhaltigkeit bedeutet für mich auch ganz stark die funktionale Qualität einer Wohnung, denn ein funktionierender Wohnraum bietet Menschen auf Jahrzehnte ein Zuhause. Die CoVivi bietet mir und meinen persönlichen Zielen viele Möglichkeiten. Sie bietet mir Sicherheit und berufliche Entwicklungschancen in einem internationalen Umfeld. CoVivi ist Investor, Projektentwickler und Bestandshalter. Darüber hinaus bilden wir auch die Bauherreneigenschaft ab. Die breit aufgestellte Kompetenz innerhalb unseres Firmenverbundes möchte ich bei der Arbeit nicht mehr missen. Jede Baustelle hat ihre eigenen Herausforderungen und diese Herausforderungen kann man nur als Team meistern. Und das hat mit Respekt und großem Vertrauen zu tun. Das habe ich bei der CoVivi gefunden. Als Architektin bei der CoVivi hatte ich bisher vielseitige Möglichkeiten meine Schaffenskraft einzubringen. Aus meiner Sicht lohnt es sich über den Tellerrand zu blicken und auf die andere Seite des Tisches zu wechseln.